Ne. Warum? So. Mr. Kokobeet. Oh, die Kamera ist gut heute. Mit Perspektive? Ja. Perspektive hab ich extra nochmal eingestellt. Ey, Juri. Das fahr ich aber. Egal. Komm. Da ist Ghost Adventure. Das ist die Geisterbahn. Moin. So, das ist Alex. Oh, der Hochzeit am Anfang. Und wieder in der Entfernung. Abfahren. Boah, jetzt ist es die Geisterbahn. Ich zieh Mr. Gravity gleich durch. Ja? Ja. Oh, shit, Digga. Haben wir auch ne Runde Ski Rocko? Das dauert aus. Ja. Ja, das war letztes Jahr auch da, ne. An der gleichen Stelle. Da ist dein letztes Jahr Laserpicks. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Ich muss gleich... Gleich muss ich ja erstmal Dingens nehmen hier. Äh... Dingens hier. Wasser... Wasser Dingens. Oh, shit, stimmt. Mach das oder noch ne Runde 3? Mach nur ne Runde 3. Eine Runde ein Euro. Das ist das eine Runde. Oh, shit. Ich kann meine Runde auf dem Weg sehen. Da ist das ein grob. Oh, meinst du. Da ist das eine Runde. Ich muss das eine Runde organisieren. Und wir haben eine Runde. Oh, das weiß ich nicht.